und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei easy legend of zelda links awakening ich hab's ja schon angekündigt ich bin jetzt grinden gewesen kurz na gut das heißt grinden ich habe 150 rubine noch gebraucht bogen das nehme ich vielen dank bis bald yes man yes 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 so und jetzt müsste man eigentlich wenn man auch die flögel die ocarina es ist eine ocarina aber was sollst du auf ihr spiel du hast eine tolle ocarina wirst du mich beim singen begleiten und wie gefällt dir dieses lied mit reisen oder kannst du es dir merkt du hast die ballade vom windfisch gelernt sie wird in deinem herzen auf ewig weiterleben solltest du die melodie öfter mal spiel damit sie nicht vergessen was soll ich machen ich habe vergessen was ich machen sollte ich glaube in die wüste sollte ich das eine haben wir nein warte mal wassertämmel brauchen wir aber trotzdem müssen wir in die wüste glaube ich irgendwie so war das aber um brauche ich einen ender haken da komme ich so nicht rüber doch da müsste ich glaube ich hin aber wir gehen mal können uns supporten zwergenbucht teleportation wird seinem damit schlecht stelle ich vor ihr würdet zu durchgewirbelt jetzt können wir übrigens wieder auch erledigen okay ich hatte ja gerade büsche das wird was so wie wenn wir dann noch nicht sein soll verdammt noch mal ich habe die viele ja ich soll doch ein bisschen mehr die überspringen kann ich da auch ja jetzt kann ich apfel stimmt die kann ich futter damit ich mal alter was hier los er bleibt locker hier ich bin ja noch ein paar muscheln haben wir gefunden ein paar verdammt müsstet ihr die alle wieder da ne ihr habt nichts gesehen verzieht euch da brauchen wir einen enderhaken da kommen wir ohne schwimmen nicht weiter wenn wir schon nicht da oben rum müssen oder da brauchen wir ja auch einen enderhaken ach stimmt da ist der wassertempel glaube ich ach komm wir können auch einfach mal in eins von diesen dämlichen hotels wollte ich jetzt schon sagen ach Mist als ob ich das nicht gesehen hätte tut in der durst wüste welche im südosten der insel liegt wirst du mit was finden das man eben wiffelschlüssel nennt muss noch eindeutlicher werden tschüss tschüss klick klick soll jetzt nur bloß wissen wie wir da hinkommen wie kommen wir da hin wie kommen wir da hin wie kommen wir da hin das geht eigentlich fast bloß da oben rum was ist hier eigentlich warte mal hat er nicht irgendwas gesagt im Dorf im Dorf glaube ich muss ich auch noch ohja stimmt da war ja auch noch was hallo link hast du einen stock den aaaah stimmt ja höher bloß vatel ha Polish tat so kann es gehen weißt du wie er dem anderen die honig war beklaut hallo ok dann halt nicht Warte mal, was ist wirklich eigentlich so? Da ist der Verkäufer. Muss ich den Typen im Wald finden? Ist der andere eigentlich wieder daheim? Der Pendel ist schon wieder. Aua, er wäre ja nicht das Wort Honig. Okay, daneben dann. Die Granny. Naja, nach dem vielen Kern ist mein Besen ganz kaputt. Oh ja, Alter, was geht? Wie soll ich das sagen? Könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint Ulria ist sehr schüchtern. Ach, der ist das? Ist ja geil. Das erste, was man macht, gleich mal reingehen, um die Töpfe zu trümmern. Wir brauchen eine neue Besen. Was war denn hier drin eigentlich nochmal? Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Ah ja, stimmt. Versteckte Macht der Farbe, willst du das Buch lesen? Die bunte Welt verborgen unter den fünf Grabsteinen. Drei, vier, fünf, zwei, eins. Oh ja, ich glaube, das muss ich mal aufschreiben. Stimmt, die Grabsteine gab es hier noch irgendwas. Wo schreibe ich das da? Ne, WhatsApp einfach. Das wäre, drei, hoch, vier, rechts, fünf, hoch, zwei, längs. Okay, ich habe jetzt Longs geschrieben, aber wir wissen, glaube ich, was das ist. Runter. Okay. Ich hoffe, ich schicke das nicht ab, weil sonst poste ich das in die... Er hält die Macht über die Farben, wie wohl die bunte Welt aussehen mag. Kann ich das Ei von Wimpfisch auch runterziehen? Ne. Buh. Ich habe die Bibliothek schon wieder komplett vergessen gehabt, ey. Das große Ei auf dem Tamatschberg. Man sagt, der Wimpfisch schlafe drin. Warum? Frag mich was Leichteres. Wo kommst du denn her? Nicht von dieser Insel. Wo soll denn das sein? Das habe ich noch nie gehört. Ja, noch nie gehört. Wahrscheinlich hat er Hyrule gesagt oder so. Warte, 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 warte. Da interessiert mich was. Au. Okay, wir haben bloß ein Loch in den... Verdammt, wo waren die Grabsteine eigentlich? Waren die hier? Oh ja... Ne da kann ich ja drüber springen ne. Verdammt. Is doch blöd... Da ist der Grabstein. Warte mal, kann ich den umrennen? Da sind die Grabsteine. Verdammt, war das da? Shit. Könnte sein. Wir müssen mal da rüber. Wie komme ich da am besten durch? Okay, da rechts. Aus der Bahn. Keine Zeit für euch. Jetzt auch überziehen. Was ist denn hier eigentlich? Hä, da ist auch so ein Teleportding, oder? Ja. Oh, muss ich... tja blöd gelaufen freunde da kommt greifen gerne mit dem mal kann ich mit vollem bogen ich kann nicht so echt nur ledigen ocean Oh, shit. Warte mal, der Mist taucht ja wieder auf. Kann ich das nicht nochmal anschauen? Das ist aber der einzige Friedhof. Gab es da nicht noch irgendeinen anderen? Das ist bestimmt hier. Shit, da würde ich gerne mal nachschauen, aber einerseits. Vor allem, weil ich jetzt gerade auch gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, ne? Was waren die eigentlich drin? Mal kurz schauen. Nein? Ah, verdammt. Oder war der mal, war das sowieso schon das, was ich finden sollte? Hallo? Ah, hallo? Achso, ja. Bomben. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, das ist es nicht, das ist auch nicht. Ähm, ich wohnen. Aber... Mist. Das Feending hier müsste man eigentlich alles fertig haben. Jetzt müsste der Typ hier irgendwo... Was ist das da? Okay, Chingrodi einfach nur. Der müsste hier auch irgendwo sich verlaufen haben, ne? War das hier, ne? Ah, da ist die Fünffischei. Hm... Boris Hütte. Das ist die Trantrudis. Das mit den... Da brauche ich einen Enderhaken, um das rauszufinden. Und das da... Da werden die Gräber sein. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich zum Ding komme. Ich stell mich wahrscheinlich gerade an. Oh... Da ist die Moblin... Ne, wir gehen alle mit oben hin. Oh. Oh... Oh... Oh, mal geht's da zum Wünffisch. Oh... Oh, scheinbar. Oh, der Wünffischu sanft in seinem Ei auf dem Berg. Beim Klang der 8 Musikinstrumente des Ideen würde er jedoch aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. Nur so. Oh, oh. Schubsen wir es einfach in den Berg runter. Wow. Ach, scheiße. Na, wollte ich noch gar nicht runter. Oh. Das Respawn sterbt noch ein bisschen, aber gleichzeitig zeigt es an, dass du im Prinzip den Bereich verlassen hast. Ah, der Typ ist jetzt nicht auch hier verlaufen, ne? Schau mal, ob wir hier irgendwo hinkommen. Net Nerven. Nein, hör auf. Okay. Okay. Was soll der Scheiß? Äh... Ja, okay. Das ist jetzt nicht schwer gewesen. Hey. Wie du... Weiß ich kann doch irgendwie diese dämlichen Dinger klettern. Jetzt fehlt mir noch eins. Das ist zum Kaufen zum Beispiel. Ach, verdammt. Das ging so schnell losglauben. Okay. Warte, 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 warte. Okay. Werder sei können. Mist. Hm. Drüberspringen wird es zu weit sein, oder? Ah, genau um eins zu weit. Genau um eins. Ja, wie soll ich denn da hinüberkommen? Hm. Oh, Drüberspringen. Wow. Warte mal, da ist rechts daneben noch ein... Ah. Ach, ne, warte, da war ja einer. Okay. Ja, vergisst mein... Aha. Hey, da ist der andere Spacko. Ich spring runter, ich fang dich auf. Oh, ich komm da nicht durch. Ist der Wasserfall wahrscheinlich für... Ja. Oh, da müssen wir... Da ist der Turm. Das ist auch ein Gebiet. Äh, ein Dungeon. Ich fang dich nicht mehr ran. Äh, die Schwimmflossen kriegen, weil das stört mich auch, dass wir die ganze Zeit absaufen. Wow. Ich finde, diese Dinger sind komplett unnötig. Meistens brauchst du nicht mal. Oh. Ja, ich hab mich verlaufen, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich so erledigt, als ich kann ihn nicht mehr bewegen. Hast du zugelegt, was essbar ist, wär ich? Wär ich? Oh. Du bist jetzt total herzlos. Kann ich den Monig benutzen? Nee. Okay, wir brauchen was zu essen für den Penner. Mann, Mist. Wir kommen hier aber auch nirgends runter, ne? Hm. Äh, da nervt dich nicht rum, da. So gibt's ja hier nirgends. Meistens braucht er was Essbares, obwohl er schon was... Ach. Ich hab mich verlaufen. Aber anstatt, dass ich da... Okay. Hm. Ich weiß immer noch, wie ich da rüberkommen soll. Im Springen wird's net klappen. Alter. Das wirkt wie Wackelpudding. Ah. Kann ich's vielleicht doch schaffen? Mist. Nee, ich glaub das ist unmöglich. Ohne Enderhaken. Oh. Man soll vielleicht ein paar Schritte zurückgehen. Shit. Man kann das auch nicht shooten, oder? Nee. Ah. Das ist so knapp, ey. Shit. Nee, ist unmöglich. Das ist so knapp für mich. Für mich. Okay. Das ist so knapp für mich. da ist doch auch irgendwas oder kann erzählen hier aber scheinbar nicht haben wir die musik eigentlich immer erst danach lauter die frage